Führe die folgende Division mit dem Hornergitter durch. Das ist möglich, weil der Teiler ein Binom der Art x- eine Zahl ist. Zuerst sorgen wir dafür, dass der Dividend ein vollständiges Polynom ist, das geordnet ist nach abfallender Reihenfolge der Exponenten. Hier 3, 2, 1, 0. Dieses Polynom erfüllt beide Bedingungen. Wir beginnen damit, die Koeffizienten vom Dividend auf eine Linie zu schreiben. 3, 3, der nächste Koeffizient ist minus 2, dann minus 3 und dann minus 8. Wir bereiten das Gitter so vor und setzen die Zahl, die hier von x abgezogen wird, an diesen Platz. Diese 3 rutscht runter hierhin, so. Von da nach da wird jetzt multipliziert. Wir rechnen also 2 mal 3, das macht 6. Und diese 6 schreiben wir hierhin, so. Vertikal wird addiert. Minus 2 plus 6, das macht 4. 2 mal 4 macht 8. Minus 3 plus 8 macht 5. 2 mal 5 macht 10. Und minus 8 plus 10 macht 2. Der Dividend ist ein Polynom dritten Grades. Der Teiler ist ein Polynom ersten Grades. Also erhalten wir als Quotient ein Polynom zweiten Grades, dessen Koeffizienten hier abzulesen sind. Es ist also das Polynom 3x² plus 4x plus 5 und der Rest ist diese 2. Wir können diese Division also so deuten. Der Dividend geteilt durch den Divisor, das ist dieser Quotient, den wir da ablesen, plus diesen Rest, 2, geteilt durch diesen Teiler. Man kann diese Division aber auch so deuten. Der Dividend, das ist der Teiler, mal dieser Quotient plus dieser Rest, diese 2. Vielen Dank. Aber dann wird den Dividend